Hallo und herzlich willkommen bei MenschMesh. In meinem heutigen Tutorial zeige ich euch, wie ihr in Affinity Photo sowohl auf dem Desktop als auch auf dem iPad nahtlose Wiederholungsmuster erstellen könnt. Und das Ganze funktioniert mit der Symbolfunktion aus Affinity Designer. Als erstes müsst ihr das kostenlose Pattern Template oder Mustervorlage von meiner Internetseite runterladen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und das zeige ich euch kurz, wie das geht. Ihr landet auf dieser Seite hier. Ihr klickt hier einmal drauf. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon einen Ordner auf meinem iCloud Drive oder aus meinem iCloud Drive ausgewählt. Hier oben im Dateinamen, wenn ihr mal ganz ans Ende springt, seht ihr, dass es sich um eine Affinity Designer Datei handelt. Die speichert ihr jetzt. Und im nächsten Schritt zeige ich euch, wie ihr damit auf dem iPad in Affinity Photo arbeiten könnt. Ja, und ich bin jetzt auf dem iPad in Affinity Photo fürs iPad. Und hier geht ihr als erstes mal oben auf das Plus Symbol und sagt dann, ihr möchtet eure Vorlage, die wir gerade heruntergeladen haben, aus der iCloud importieren. Dazu müsst ihr dann natürlich den entsprechenden Ordner auswählen. Einmal auf die Vorlage tippen und die Vorlage wird dann in der Anwendung geöffnet. Jetzt öffnen wir das Ebenenpanel und im Ebenenpanel findet ihr einmal hier diese ganze abgeschlossene Gruppe. Dann habt ihr hier das Symbol und das ist der eigentlich interessante Bereich. Hier habe ich euch schon innerhalb des Symbols eine Zeichenebene als Pixellayer angelegt. Und in dieser Ebene könnt ihr jetzt zeichnen. Das ist dieses Quadrat hier. Ich kann es mal einmal kurz mit dem Verschiebenwerkzeug zeigen, welches das ist. Es ist dieses Quadrat. Man könnte da jetzt noch einen Rahmen drum zuzeichnen, damit man weiß, wo man zeichnen muss. Aber wenn ihr es einmal ausgewählt habt mit dem Verschiebenwerkzeug, dann wisst ihr, wo ihr zeichnen könnt. Wenn ich beispielsweise hier jetzt die Farbe mal Änder, die Füllfarbe, dann seht ihr, dass durch die Symboltechnik aus Affinity Designer das Ganze auch in Affinity Foto funktioniert. Ich mache das mal rückgängig. Jetzt könnt ihr wieder im Layer Panel die Zeichenebene auswählen. Nehmt dann einfach zum Beispiel das Pinselwerkzeug. Ihr könnt euch jetzt hier über das Pinselwerkzeug noch einen Pinsel auswählen. Ich nehme mal hier den Daub Aquarell Pinsel, wähle mir hier einen Pinsel aus. Dann nehme ich mir hier unten noch eine Farbe für den Pinsel. Ich nehme jetzt mal hier einfach so ein Blauton und dann könnt ihr anfangen hier zu zeichnen. Wie ihr seht, könnt ihr jetzt schon diese Kopieren-Funktion erkennen und könnt jetzt ganz wie gewöhnlich, wie ihr das bislang schon auf eurem iPad gemacht habt, hier innerhalb dieses Symbols zeichnen. Und diese Funktionen werden auf alle anderen Symbole innerhalb dieses Dokuments übertragen. Wenn ihr das Ganze dann fertiggestellt habt und euer eigentliches Pattern damit generiert habt oder gezeichnet habt, dann geht es natürlich noch darum, wie ihr beispielsweise, ich nehme mal ein etwas dunkleres Rot oder ein kräftigeres Rot, wie ihr beispielsweise dieses Pattern auch speichern könnt. Es ist leider so, dass zurzeit das Füllen-Werkzeug zwar die Option anbietet, dass man auch ein Bitmap auswählen kann, aber das funktioniert in dieser Version von Affinity Photo noch nicht. Da müssen wir dann wirklich auf den Desktop ausweichen. Aber mir geht es jetzt um das Speichern nur dieses einen Symbols und das zeige ich noch mal über das Layer Panel. Ihr könntet jetzt hergehen und sagen, okay, ich brauche dieses Symbol. Ich nehme mal wieder das Verschieben-Werkzeug, dann wird ja auch die Selektion angezeigt. Und wenn ich dieses Symbol jetzt nehme, dann kann ich das Symbol hier exportieren. Dass jetzt dieser Rahmen da drüber liegt, das liegt einfach daran, dass ihr mit der Pixel-Ebene darüber gezeichnet habt. Exportiert wird allerdings in Wirklichkeit nur dieses Rechteck, die Auswahl. Ja, und dazu geht ihr dann hier oben in das Menü auf Export und dort ist eigentlich wichtig, dass ihr hier nicht das gesamte Dokument auswählt, sondern eben die Auswahl mit Hintergrund oder ohne Hintergrund. Das hängt davon ab, ob ihr Transparenzen in euren Mustern verwendet oder ob ihr einen Hintergrund habt, der mit einer Farbe gefüllt ist. Ich könnte jetzt diesen hier nehmen, dann wird mein Hintergrund mit exportiert und dann könnt ihr das Dokument im Idealfall, würde ich sagen, als PNG-Datei speichern und in Füllmustern verwenden. Hier gehe ich jetzt mal wieder in mein Template oder in meinen Ordner, sage hier, ich wähle mal hier meinen Ordner aus, sage hier hinzufügen und dann habe ich auf meinem iCloud Drive das entsprechende Dokument zur Verfügung. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Erstellen eurer eigenen Muster. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und die Vorlage auch. Wie gesagt, ihr braucht dafür kein Affinity Designer. Ihr könnt das mit diesen Symbolen verwenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Ich biete diese ganzen Sachen kostenlos an und wer meine Arbeit unterstützen möchte, der darf das gerne tun. Bis zum nächsten Mal bei MenschMesh.